Hallo zusammen, dank des chinesischen Frühlingsfestes haben wir nun auch einen Promocode. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ihn einlösen könnt und für euch dann auch die Belohnung abgreifen könnt. Als allererstes müsst ihr auf die Reports-Page-Seite von Archibro gehen. Übrigens den Link zu der Seite und auch den Promocode, die genaue richtige Schreibweise, werde ich euch unten in die Beschreibung des Videos packen. Dann könnt ihr das Ganze einfach abkopieren und müsst hier nicht abtippen. Als erstes müsst ihr hier oben eure Game-ID eintippen, bzw. ihr könnt sie im Game unter Einstellungen finden. Dort könnt ihr sie auch herauskopieren und dann hier reinpasten. Als zweites müsst ihr den Rewards-Code oder Promocode eingeben und er ist 22 Spring 20. Dabei müsst ihr achten, dass Spring groß geschrieben ist. Übrigens, ich lasse euch ja den Text unten stehen in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze einfach herauskopieren. Verification-Code müsst ihr auch abtippen. Das ist hier an der Seite diese vier Zahlen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr nur noch mit dem grünen Button das Ganze bestätigen. Danach werdet ihr noch schnell gefragt, ob ihr das wirklich für diese Game-ID machen wollt. Da müsst ihr natürlich auf Yes klicken. Und anschließend kommt nochmal ein Pop-Up, der euch mitteilt, dass ihr in eure In-Game-Mailbox nachschauen sollt. Falls das Ganze jetzt bei euch nicht geklappt hat, dann könnte es daran liegen, dass ihr zu spät dran seid. Denn dieser Promocode ist nur bis zum 7. Februar 2022 gültig. Das könnte auch daran liegen, wenn ihr zu spät dran seid, dass ihr hier den Channel nicht abonniert habt und die Glocke nicht angemacht habt. Denn wenn ihr das getan habt, dann seid ihr garantiert immer auf der sicheren Seite. Und hier werden immer alle aktuellen Promocodes gepostet. Wenn ihr aber nun rechtzeitig dran seid, dann seht ihr eine Mail in eurem In-Game-Postfach. Übrigens, es kann sein, dass die Mail nicht sofort da ist. Dann müsstet ihr mal das Spiel einmal komplett schließen und wieder neu öffnen. Und dann habt ihr garantiert diese E-Mail. Und dann öffnet ihr sie einfach und holt euch die Belohnung ab. Ich hoffe, ihr seid rechtzeitig dran und könnt sie euch abholen. Mich würde es auf jeden Fall freuen und mich würde es auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Macht's gut, bis dann.